Hallo und herzlich Willkommen. So, wir stehen jetzt hier zusammen mit Shivering Fit. Genau, und diese Band hat etwas ganz besonderes, denn die haben ein Saxophon dabei. Wie kommt das zusammen? Welche Musikrichtung spielt ihr? Ja, das ist relativ schwer zu beantworten. Da haben wir uns selber ein bisschen schwer, weil wir haben einfach so viele verschiedene Stile, die da mit reinspielen, von Jazz über Rock, verschiedene Dinge, die einfach alle hören und alle spielen. Und da kommt einfach ein ganz interessanter Mix zusammen eigentlich. Cool. Und Saxophon hört man ja relativ selten eigentlich bei einem Bandcontest oder was. Hättet ihr schon mal öfter darauf angesprochen, dass ihr einen Saxophonisten mit dabei habt? Ja, na, gar nicht so oft eigentlich, aber es ist halt ein zusätzliches Melodieninstrument quasi nochmal dazu, macht das Ganze ein bisschen interessanter einfach. Ja, Bandcontest ist das ja auch. Naturgemäß sagt man ja, hey, man ist ein bisschen aufgeregt. Mal schauen, was das alles ist. Wie geht es euch? Seid ihr schon aufgeregt oder freut ihr euch einfach auf euren Auftritt und dass ihr vor euren Leuten spielen dürft? Ja, also wir freuen uns riesig und es wird sicher gemütlich. Ja, also vielleicht ein bisschen Aufregung ist schon da, aber mehr oder weniger wird es einfach ein sicher ein cooles Konzert und darauf freuen wir uns. Dann wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg. Haut rein. Ja, werden wir machen. Danke. Perfekt. Und wir hören jetzt rein. Danke. 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 Ed. Das war's. 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 Das war's.